Willkommen bei Think AI Human, dem Podcast, der die Grenzen zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz erkundet. Mein Name ist Kirsten Beamer und wenn du magst, deine Gastgeberin auf dieser faszinierenden Reise durch die Welt der KI, des Business und des Erfolgs. In jeder Episode tauchen wir ein in die neuesten Entwicklungen der künstlichen Intelligenz und untersuchen, wie sie unser Geschäftsleben und unseren persönlichen Erfolg revolutioniert. Von Startup bis zu Großkonzernen, von Unternehmen bis zu Technik Pionieren. Wir beleuchten die Chancen und Herausforderungen, die KI für uns bereithält. Also bist du bereit, die Zukunft zu gestalten? Dann lass uns gemeinsam denken, lernen und wachsen mit Think AI Human. Hi, mein Name ist Kirsten Beamer und wenn du möchtest, bin ich quasi deine Flugbegleiterin auf eine wunderbare Reise in Richtung KI, Business, Solopreneurtum und welche Möglichkeiten wir heute in dieser Kombination miteinander haben. Bereits seit einigen Jahren bin ich von dem Podcast-Fieber selber infiziert und habe schon verschiedene Shows produziert, geleitet und auch eine ganze Zeit lang an den Start gebracht. Doch jetzt ist es an dem Punkt, wo ich der festen Überzeugung bin, dass wir tiefer einsteigen sollten in das Thema AI für dein Business, KI für dich als Solopreneur, als Solopreneurin und was das eigentlich wirklich bedeutet. Für viele ist das Thema AI oder KI immer noch so ein Thema wie, naja, ich nutze so ein bisschen ChatGPT und eigentlich ist es für mich wie eine Suchmaschine. Und das ist Perlen vor die Säue werfen, so möchte ich mal sagen, denn KI kann so viel mehr. Wenn du dich mit mir auf die Reise begibst in diesem Podcast oder auch in einem meiner Programme und die Informationen zu meinem Programm findest du auch immer unten in den Shownotes, wirst du verstehen, dass ich dir eine Tür öffne in eine Welt, wo alles möglich ist. Eine Welt, in der du aus deiner Idee, die du hast, sehr schnell einen Prototypen entwickeln kannst, wo du aus dem Prototypen ein marktfähiges Produkt entwickeln kannst und das Ganze ohne ein Technik-Crack zu sein. Ich habe schon als junges Mädchen, als ich eine Teenagerin war, davon geträumt, wie cool das doch wäre, wenn all diese Ideen, die ich in meinem Kopf habe und über die ich spreche, wenn ich die konkret herstellen könnte. Das hat jetzt sehr viele Jahre gebraucht, bis dann tatsächlich KI genau dieses Tür oder dieses Tor geöffnet hat und uns genau diese Möglichkeiten zeigt und ermöglicht. Für viele ist diese Auseinandersetzung mit diesem Thema entweder mit Angst behaftet, mit Scham behaftet oder vielleicht auch, naja, das vergeht schon wieder. Ich bin der festen Überzeugung, dass KI nicht wieder gehen wird, denn KI ist im Grunde genommen in unserem Leben, seitdem wir computergesteuerte Programme haben. Denn einfach runtergebrochen ist KI erstmal nichts, zumindest die KI, die wir nutzen, nichts anderes als ein Algorithmus auf Ecstasy. Ja, ein normaler Algorithmus, der in jedem Computerprogramm enthalten ist. Nur jetzt haben wir die Möglichkeit, dass noch mehr Netzwerke miteinander kommunizieren und wir somit unendlich viele Möglichkeiten bekommen. Und in diesem Podcast möchte ich genau über dieses Thema mit dir, mit euch sprechen. Wir werden über Möglichkeiten sprechen, wir werden über neue Denkansätze sprechen, wir werden über neuronale Systeme sprechen, die in dir passieren. Wir werden aber auch beleuchten, was das mit uns als Gesellschaft macht, welche Chancen und Risiken darin enthalten sind. Wir werden uns neue Entwicklungen anschauen. Ich werde dich mitnehmen, wenn ich bei irgendwelchen Events bin und genau zu dem Thema Impulse bekomme. All das wirst du hier auf diesem Podcast bekommen, auf diesem Podcastkanal. Und er wird sehr unkonventionell sein. Mal werde ich hier in meinem Studio sein. Und wenn du jetzt den Videopodcast siehst, dann siehst du, dass ich in meinem Studio bin. Mal werde ich unterwegs sein. Mal bin ich aber einfach auch nur an irgendeiner Stelle und halte mir das Handy an den Mund und ich spreche einfach über meine aktuellen Gedanken. Hier ist nichts geskriptet. Ja, also ich sitze jetzt hier wirklich und spreche aus dem Bauch raus, weil genau das macht den Unterschied zwischen uns und einer KI. Zwischen uns und einem Algorithmus, der Wahrscheinlichkeiten errechnet, wie Menschen darauf reagieren würden. Das heißt, auch mit meinen Studiogästen wird es so sein, dass ich sie einlade zu dem Thema, wir einen Frame am Anfang setzen, also sagen, darüber wollen wir sprechen und dann entwickeln sich die Gespräche. Und das wirst du auch sehr schnell feststellen. Die Gespräche mit meinen Gästen sind sehr unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Energien. Und das passiert dann, wenn man sich auf den anderen Menschen einlässt. Und damit beende ich auch die heute erste, allererste Folge, wo ich dich wirklich einlade, dich mit mir auf diese Reise zu begeben und am besten gleich zu abonnieren. Und ich werde versuchen, wöchentlich eine Folge zu veröffentlichen. Auch das war ein Prozess in der Entwicklung dieser Show. Ich hatte erst gesagt, ich veröffentliche direkt alle Folgen aus der ersten Staffel an einem Tag, bis mir dann klar geworden ist, dass ich das eigentlich gar nicht will. Sondern ich möchte dir jede Woche neue Impulse geben. Und ja, so wird es dann halt sein, dass jede Woche eine neue Folge erscheint. Ich nehme die zwar immer on Block auf, aber jede Woche kommt eine neue Folge raus. Es wird dann zwischendrin mal vielleicht eine Weihnachtspause geben oder eine Urlaubspause, wie auch immer. Aber wir machen diese Reise jetzt ab sofort gemeinsam, wenn du magst. Darfst mich gerne empfehlen. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, mal in meine Programme reinzuschnuppern. Das sind Selbstdenkkurse, das sind Gruppenprogramme, das sind Einzelcoachings. Aber auch, kannst mich auch bei Events erleben, bei Keynotes erleben. Dann schau mal bitte unten in die Shownotes. Da steht alles, was du wissen musst. Und jetzt sage ich mal, viel Spaß auf dieser Reise in die unendlichen Möglichkeiten, die uns AI für unser Business gerade als Voloprendler bietet.